was könnte ich denn jetzt machen mein gehen habe ich nicht wirklich die lust gut funktioniert ich könnte mal schnell eigen also ich glaube ich habe die materialien für noch eine mfe eine mfsu und dann werde ich hier mal schnell eine mfsu hinsetzen und das mal kurz umbauen eigentlich müsste ich das hier eigentlich noch was schöner aber das problem ist dass da direkt die decke ist kann es nicht anders verlegen das ist ein bisschen doof gut genau ich wollte die kohle hier reinlegen zack genau ich gehe mal kurz gucken wie es meinem multitank hier unten geht ach ja ist doch schon ein bisschen was drin na gut das ist jetzt nicht so wichtig für mich das öl wie gesagt das werde ich eh wegschmeißen wenn der tank voll ist gut ist da noch was drin auch nicht auch nicht gut gut dann lassen wir überlegen was machen wir sollen wir ein tempel bauen nein ich glaube ich baue noch eine mfsu mal ganz kurz so nebenbei brauche ich redstone auch viel redstone dann brauche ich diamanten dafür brauche ich was brauche ich denn noch mal alles äh ähm 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 ach kurz mfe ist ja das erste ups so goldkabel ähm habe ich glaube ich habe ich sogar noch genug goldkabel und ein maschinenblock aus raffinierten iron dann machen wir uns hier nochmal kurz dumm 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 zack dann machen wir uns mal kurz die energie kristalls 2 1 2 3 4 und dann na so ich muss das erst hier raus nehmen jetzt so na geht das also manchmal irgendwie geht das manchmal nicht das ist strange so ähm da du gehst doch nicht hin dann haben wir schon mal eine mfe so und die mfsu war ein bisschen komplizierter natürlich da brauche ich nochmal sechs diamanten also so schön der tipp auch war aber manchmal funktioniert das einfach nicht 1 2 3 4 5 6 so der rest von den dias kann weg ähm so fangen wir mal klein ein was brauche ich denn ups für die lapotron da brauche ich jeweils zwei secutes und lapiz lapiz kommt zu papa und secutes habe ich noch secutes ne dafür brauche ich kabel habe ich glaube ich zu wenige dafür brauche ich äh rubber habe ich auch zu wenig ach du scheiße ich müsste mal wieder Dingsamen ähm na nicht nicht Samen sondern äh Resin Farmen gehen aber ich habe kein Resin mehr ok oh ich habe Eisen gut dafür brauche ich Refined Iron habe ich redstone habe ich auch im Inventar gut dann muss ich mal schnell zapfen gehen in der Runde zack und ich ziehe mein Lepäck dafür an mal kurz ein wenig Jummi holen du und du und war hier da war noch einer da war noch einer und du halt du auch ähm ähm da waren sogar zwei genau so und dann hatte ich nämlich da hinten noch welche doi so da la genau was ich noch sagen wollte äh ich fand es toll dass ihr oder dass so viele in letzter Zeit auf meiner AskFM Seite waren hatte ich richtig schön Fragen zum Beantworten fand ich cool natürlich wenn ihr weitere Fragen habt schreibt sie mir entweder in die Kommentare oder auf meiner AskFM Seite wozu habe ich sie denn ähm ich beantworte sie euch sobald ich kann hab ich jetzt was gekriegt oder nicht ne sobald ich kann werde ich euch die Fragen beantworten natürlich jetzt hat mich der Baum im Wrestling beschissen ist es denn das? ne da ist es doch hä? wo ist jetzt hier das Wrestling hingefallen? ok strange ähm wie gesagt jedenfalls oh da ist ja noch ein Spot der hat drei Spots ui 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 äh Jetpack schreibt mir eure Fragen ich find's auch immer ganz toll wenn ihr meine Videos kommentiert und so äh dann weiß ich irgendwie dass ich euch auch erreiche dass äh euch das teilweise gefällt was ich hier fabriziere wow wie gesagt Kritik und alles gern gesehen bei mir auf dem Kanal müsst keine Angst haben schreibt mir ähm genau damit kann ich nur ne jetzt mach ich erstmal Secutes ich brauche 2,4,6,8,10,12 13 Secutes brauche ich oder? ja 13 Secutes brauche ich 4 4 habe ich und es wird Nacht und ich gehe ins Bett zack genau und äh was ich hier links gerade sehe ich habe mir aufgeschrieben Solar Panels Kaden hat ja so eine schöne Maschine gebaut die ähm automatisch Solar Panels für ihn ähm ja mhm die die Solar Panels für ihn macht und da war ich am überlegen ob ich mir nicht sowas ähnliches baue aber theoretisch hätte ich ja das ME Crafting System also ähm weiß ich jetzt nicht ob sich das lohnen würde wenn ich das mache weil wenn ich das ME Crafting System aufgebaut habe dann brauche ich da auch nur einmal klick Solar Panels und fertig ne das ist weiß ich hier bin ich noch am überlegen ob und wie ich das mache so dann so haben wir wieder ein paar Kabel ähm ähm so wie lange nehme ich eigentlich auf? 25 Minuten schon okay 4 Stück brauche ich noch ich brauche noch mehr Kabel aber mein Kupfer geht zur Neige habe ich gesehen mhm mein Kupfer wird echt eng ich glaube ich muss doch nochmal eine Runde mine gehen mhm oder wartet mal da fällt mir gerade ein da fällt mir gerade ein ich wollte ja mal den den Miner ausprobieren von IC bevor ich da jetzt groß rumbastle wir bauen uns einen Miner so dafür brauche ich zwei Secutes ein Maschinenblock und Mining Pipe Mining Pipe geht mit Treetap und Refined Iron okay ich brauche äh Holz zack und ich brauche Treetap machen wir uns mal die kann man ja nicht stacken richtig ja 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 mach ichs lieber hier drin na so ja wie viele brauche ich denn ich brauche zwei um den Miner zu machen und na gut ich brauche immer wieder welche ich brauche immer wieder welche mach ich mir erstmal so ein paar weil die gehen ja verloren wenn äh na komm ich will dass du das da rein tust ach Gott weil die gehen ja immer verloren wenn der am meinen ist ich brauche noch mehr Refined Iron ich könnte eigentlich mal ein neues machen ich hätte mir so ein bisschen Eisen weil den Miner den wollte ich schon immer mal äh ausprobieren ich hab den zwar schon ein paar mal äh im im Singleplayer ausprobiert na ne Quatsch nicht im Singleplayer im Multiplayer auf dem Server habe ich den mal ausprobiert gehabt upsala ja gib mir nochmal das heißt ich habe jetzt ja das müsste jetzt erstmal reichen ah so jetzt an zwei Stacks ja das sollte erstmal äh reichen denke ich gut ähm dann mache ich es mal so dann packe ich mal die Energy Crystals weg dann den Kupfer und so weiter tu ich weg weil die Secures habe ich ab die MFE behalte ich mal weil ich glaube ich brauche eine Energiequelle und ich brauche mal einen Meshing Block dafür brauche ich den Feind achso ich habe keinen Feind brrrr so so dumm dumm und dumm dumm so einen Miner für den Miner brauche ich jetzt noch einen Scanner so jetzt weiß ich nicht mehr welcher war besser war das eher OD oder OV scheiße ah ok der OV war besser brauche ich eine Batterie Glowstone habe ich noch eine Batterie ich habe noch eine Batterie und ich brauche Glowstone zack dann machen wir jetzt doch mal schnell so einen ach ich habe wieder keine Kabel im Inventar dann machen wir uns halt mal nochmal kurz ein paar wei 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 hey quarry find man ein bisschen Kupfer das wäre mal voll cool für dir so jetzt aber möchte ich bitte äh ups nein das wollte ich nicht ich möchte na ich will nicht was ist das denn ein Ohr Scanner Turtle ok das wusste ich nicht dass das geht der kann der kann ok ich bin gerade verwirrt ähm so ich möchte jetzt bitte den hier bauen ach weck mich doch also bei manchen Rezepten geht es nicht bei manchen haut das nicht hin so Glowstone und und eine Batterie so und dann machen wir uns nämlich auch gleich den großen noch draus da brauche ich ein Advanced Secure habe ich das alles im Inventar ne ich habe kein Reds im Inventar danke so dumm 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 weil der Miner ist nämlich die schonende Alternative zum Quarry weil der ja ist eher zielgerichtet aber auch nicht so so ich weiß nicht manche sagen er ist nicht so effizient ich brauche noch zwei Goldkabel natürlich ich habe nur eins oh wir haben nochmal Gold gefunden perfekt äh zack so machen wir uns gleich doppelt insoliertes na